Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 66. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer eine wunderschöne Woche, konnte das wechselhafte, warme und gute Wetter nutzen für die ein oder andere großartige Tour, vor allen Dingen an diesem Wochenende. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr mir das ein oder andere Feedback nicht nur zum Podcast, nicht nur zu den Inhalten, nicht nur zum Inhaltlichen des Podcasts gebt, sondern auch gerne mal schreibt, was ihr so unternommen habt oder was ihr aktuell so angehen könnt schon an Bergen. Das würde mich insofern schon mal interessieren, weil auch ich dann weiß, wo es in anderen Regionen aktuell wie ausschaut. Denn natürlich, das Inntal ist zwar eine große Gebirgskette, mehr oder weniger, vom Karwendel bis zum Wilden Kaiser, aber ja, ich sehe auch nicht alles und es interessiert mich natürlich auch immer zu sehen, wie es in anderen Regionen schon aussieht. Mal vielleicht aus den Dolomiten den ein oder anderen Eindruck gewinnen, mal vielleicht aus den Allgäuern, mal aus den Hohentauern, würde mich schon interessieren. Ich weiß ja, es hören Leute mehr oder weniger aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zu, was mich auch sehr, sehr freut. An dieser Stelle auch herzlichen Dank, wie immer, natürlich fürs Einschalten. In diesem Sinne möchte ich heute gar nicht so viel Zeit dafür nutzen, um über das Wetter zu sprechen. Ich möchte ein wenig mehr Zeit dieses Mal dafür verwenden, tatsächlich über den, ja, über den realen Inhalt der Podcast-Episode zu sprechen. Denn Geschwafel wird heute eigentlich zeitlich schon gar nicht drin sein. Wir müssen nämlich heute versuchen, 30, 40, 50, ja, vielleicht sogar 70 Jahre in eine Podcast-Episode zu packen. Und ich glaube, rein rechnerisch könnte das eng werden. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten 30 Minuten nicht 70 Jahre älter werden oder altern. Aber, naja, ich gebe mein Bestes, das jedenfalls so knackig und spannend wie möglich zu gestalten. Es ist aber trotzdem letztlich wichtig. Wir müssen uns nämlich über die Vergangenheit unterhalten. Wir haben uns ja schon so oft über Ausrüstung, über Technik, über auch Ausrüstung in der Vergangenheit. Wir haben uns aber auch schon ganz oft über die Zukunft unterhalten. Wir haben uns ganz oft über Philosophie unterhalten, ganz oft darüber, mit was für einer Moralvorstellung wir in den Bergen unterwegs sind. Wer alle Podcast-Episoden gehört hat, wird genau wissen, dass wir schon sehr, sehr viele Themen, sehr weitgreifende Spektren abgegriffen haben, abgetastet haben. Aber mit einer Sache haben wir uns bis jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Vor allem nicht im Detail. Nämlich der Ideologie und der Geschichte, die den Alpinismus und das Bergsteigen im deutschsprachigen Raum so spannend machte und so groß machte. So groß machte, wie er eben heute letztlich dasteht. Denn das alles ist kein Zufall, dass alles, dass wir heute Bergsteiger sind, dass alles, dass wir eine Bergsteigerkultur im deutschsprachigen Raum haben, dass selbst die Leute, die nicht im Bergland wohnen, sondern im Flachland, dass auch diese Menschen einen gewissen Trieb, einen gewissen Hang dazu haben, in die Berge wandern zu gehen und so weiter. Wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten, dass das Berggehen und dass das Bergsteigen gesund ist und das Wandern gesund ist und in gewisser Weise auch einen Ausgleich bietet. Und das ist alles vollkommen richtig und das sind alles Beweggründe, die uns natürlich dazu verleiten, in die Berge zu gehen. Und jeder, und auch das haben wir schon mal besprochen, jeder Mensch hat mehr oder weniger unterschiedliche Beweggründe, in die Berge zu gehen. Und da gibt es definitiv viele davon. Aber ich möchte heute ja nicht über die Beweggründe sprechen. Ich möchte über den Ursprung, über den Ursprung dieses Interesses sprechen. Denn natürlich brauchen wir einen Anhaltspunkt, denn wir brauchen einen Ursprung, an dem auch für uns diese Reise in die Berge letztlich losgeht. Wir kommen nicht einfach so von selbst auf die Idee, auf einen Berg zu steigen. Das passiert relativ selten. Es kommt zwar vor, aber eigentlich werden wir durch ganz andere Eindrücke in der heutigen Zeit geprägt. Wir starten heute, weil Freunde damit angefangen haben. Wir starten heute damit, weil vielleicht irgendwo im Internet schöne Bilder vom Bergland zu sehen waren. Wir starten damit, weil irgendwo in einer Zeitung oder vielleicht sogar in den Nachrichten irgendwas zum Thema Wandern und Bergsteigen irgendwo aufgetaucht ist. Wir starten mit dem Bergsteigen aus diversen Gründen, die aber alle schon existent waren und deshalb uns sozusagen in diese Schiene reingebracht haben. Aber auch diese Dinge haben natürlich einen Ursprung. Sie müssen einen Ursprung haben. Alles kommt irgendwo her. Und auch wenn wir ein Bergweltenmagazin aufschlagen, da sitzt eine große, gut bezahlte Redaktion dahinter, die versucht natürlich so ansprechend wie möglich eben das Bergsteigen und das Wandern und das Erlebnis zu verkaufen. Und auch diese Menschen, die da dahinter sitzen und der Redaktion, auch die werden durch irgendetwas beeinflusst, durch irgendetwas geleitet. Und sei es ein Chefredakteur, der vielleicht hier ein paar Vorgaben macht. Und auch der wiederum hat seinen Ursprung und seine Ideen und seine Eindrücke von der Bergwelt. Und deswegen möchte ich heute eben nicht darauf zurückgehen, wie kommen wir eigentlich, wie komme ich zum Bergsteigen, wie kommen meine Partnerin oder wie kommt euer Partner oder mein Nachbar zum Bergsteigen. Ich möchte eigentlich heute mehr auf die Spurensuche gehen und herausfinden oder mit euch gemeinsam erarbeiten, wie es eigentlich sein kann, dass überhaupt irgendjemand in den Bergen unterwegs ist. Wir müssen also heute über die Schattenseiten der Menschlichkeit sprechen, wir müssen heute über falsche Beweggründe sprechen und wir müssen heute uns auch die unangenehme Frage stellen, ob es eigentlich falsche Beweggründe gibt. Oder ob jeder Beweggrund, in die Berge zu gehen, eigentlich legitim ist und manchmal letztlich nur das Mittel zum Zweck ist. Wir müssen heute nicht nur in eine philosophische Frage einsteigen, wir müssen uns heute vor allen Dingen die Frage stellen, wann begann eigentlich das Bergsteigen und vor allen Dingen, warum hat es sich so weiterentwickelt. Dazu müssen wir strikt chronologisch vorgehen, weil wir sonst wahrscheinlich maßgeblich den Überblick verlieren. Zumindest im Laufe dieser Episode müssen wir uns heute an ein kleines Muster der Zeit halten. Fangen wir also Mitte des 18. Jahrhunderts an. Im 18. Jahrhundert war das Bergsteigen nicht existent, gar nicht existent. Es gab keine Menschen, die sich irgendwie überlegt hätten, auf einen Berg zu steigen. Jede anstrengende Tätigkeit war eigentlich damit gekoppelt, dass sie dem Überleben diente. Sie sollte das Überleben garantieren und da hatte das Bergsteigen überhaupt keinen näheren Sinn. Es gab rudimentäre Landwirtschaft, rudimentäre Viehwirtschaft und die fand teilweise im etwas höher gelegenen Hügelland statt. Man muss sich auch überlegen, dass Mitte des 18. Jahrhunderts, also 1750 aufwärts, natürlich auch die Vergletscherung noch deutlich stärker war. Die Täler waren teilweise noch stärker vergletschert. Die Täler waren teilweise auch noch deutlich unzugänglicher, weil sich die Bevölkerung natürlich auch noch nicht in alle Ecken und Enden ausgebreitet hat. Da natürlich überall sehr, sehr schwere Bedingungen herrschten, irgendetwas von einem potenziellen Weg zu bekommen. Also wenn da irgendwo ein Baum lag, dann war das ein sehr großes Projekt, den irgendwie von einem möglichen Weg wegzubekommen. Das war nur ein Baum. Es war ja vor allen Dingen viel Wildwuchs, es war viel Gestrüpp, es war viel Chaos. Die Natur hatte die meisten Täler noch voll im Griff. Und da entwickelte sich dann ganz, ganz langsam auch der Ansatz, dass man Landwirtschaft und Viehwirtschaft auch in die Täler hineinbringen könnte, um sie vielleicht auch in gewisser Weise zu erkunden und um zu sehen, ob es vielleicht sogar Bodenschätze irgendwo zu finden gibt, aber vor allen Dingen Fläche, auf denen Wirtschaft, Landwirtschaft, Viehwirtschaft in jeglicher Form überhaupt möglich ist. Die Berge waren vollkommen uninteressant, sie waren ein Hindernis. Sie waren im Weg, sie störten. Deshalb waren die Alpenregionen auch immer schon sehr, sehr dünn besiedelt. Es gab eigentlich relativ wenige Möglichkeiten und Chancen, hier ein sehr, sehr angenehmes Leben zu führen. Selbst in den flacheren Regionen war Mitte des 18. Jahrhunderts das Leben natürlich hart und anstrengend. Aber es war auf jeden Fall möglich und vor allen Dingen hatte man immer eine Perspektive, dass man eine gewisse Grundfläche hatte. Diese Grundfläche konnte man bewirtschaften. Man hatte mehr oder weniger Planungssicherheit. Das Ganze war in den Alpenregionen natürlich vollkommen illusorisch und undenkbar. Man muss sich nur vorstellen, dass in den Alpenregionen ja jeden Winter zahlreiche Lawinen abgehen. Diese Lawinen konnten kleine Hütten, konnten größere Häuser, die man sich vielleicht aufgebaut hat, alles jederzeit zerstören. Es gab keine Analysen, wo Lawinenberichte eine Rolle spielen hätten können, wo man überlegt hat, wo könnten lawinengefährdete Hänge sein, wo sollte man keine Häuser bauen. Ich meine, wir reden vom 18. Jahrhundert. Das sind Techniken, die wenden wir jetzt erst seit den 90ern, 1990 an. Das ist weit über 200 Jahre danach. Insofern darf man sich hier keine Illusion machen, dass das Alpenleben früher irgendwie etwas Lockeres war. Viele Leute kannten es aber auch gar nicht anders. Man muss sich auch vorstellen, dass die Kommunikation zwischen zwei weit entfernten Punkten Mitte des 18. Jahrhunderts ja nicht existent war. Es gab keine Möglichkeit, dass jemand, der vielleicht im Ötztal versuchte, sich mit Viehwirtschaft über die Runden oder über Wasser zu halten, dass der irgendwie mit Leuten im Wiener Umland oder irgendwo in Nordrhein-Westfalen mit solchen Leuten kommuniziert hätte, damit er sieht, wie dieses Leben ist. Es gab auch keinen Urlaub. Die Menschen wurden auch nicht sonderlich alt. Das sind alles Faktoren, die man definitiv berücksichtigen sollte, wenn man sich die Frage stellt, wie kam es eigentlich zum Bergsport? In erster Linie gar nicht. In erster Linie waren die Berge im Weg. Und dabei ist es vollkommen egal, ob das die Allgäuer Alpen waren oder der Alpenhauptkamm, die Ötztaler Alpen, die Stubayer Alpen. Es war vollkommen egal. Sie waren grundsätzlich immer im Weg. Sie waren ein großes Risiko für die Menschen aufgrund von Lawinen, aufgrund von Muren, aufgrund von Steinschlag, den es natürlich auch damals schon gab. Und es gab keine Möglichkeit, diese ganzen Punkte auch adäquat einzuschätzen, sodass es letztlich dazu führte, dass diese Gegenden immer gering besiedelt waren und vor allen Dingen von sehr, ich sage jetzt mal, robusten, widerstandsfähigen Menschen besiedelt wurden. Und das waren eben nicht sonderlich viele. Auch die Geburtenraten waren in diesen Gegenden, grundsätzlich in den Alpenregionen, immer deutlich schwächer als beispielsweise am Land, im Flachland, im Wiener Umland, in Oberösterreich, in den nördlicheren Regionen von Bayern, in Baden-Württemberg. Da waren die Geburtenraten eher deutlich besser, denn es gab auch deutlich mehr Perspektive. Die Geburtenraten entwickelten sich in den Alpenregionen nur deshalb trotzdem weiter bergauf, weil die einzige Möglichkeit für die älteren Leute zu überleben war, dass die Jüngeren in dieser Zeit dann schon kompetent und erwachsen genug waren, sich dann letztlich auch um die Alten irgendwie kümmern zu können. Die harte und definitiv grausame Realität war aber, dass auch viele Bauernhöfe deshalb verlassen waren, weil die Menschen bei der Arbeit gestorben sind. Direkt gestorben entweder an Altersschwäche, weil sie einfach zu alt waren, aber trotzdem Tag für Tag arbeiten mussten, um irgendwie zu überleben. Teilweise hatten sie aber vielleicht auch einen Unfall und konnten nicht behandelt werden. Natürlich war auch die ärztliche Infrastruktur deutlich schlechter, als man sich das heute auch nur ansatzweise vorstellen kann. Es gab einfach keine Infrastruktur. Und dann müssen wir aber jetzt einen Sprung machen, damit wir nicht zu viel Zeit in dieser doch sehr für den Alpinismus betrachtet irrelevanten Zeit verbringen. Wir müssen jetzt einen Sprung machen in die Mitte des 19. Jahrhunderts. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war das Bergsteigen erstmals interessant, denn es gab Entdecker. Es gab natürlich auch Mitte des 18. Jahrhunderts bereits Menschen, die wohlhabender waren, die das Geld hatten, sich mit Kutschen fortzubewegen und so weiter. Aber trotzdem hatten sie nicht unbedingt die Zeit und auch nicht die Infrastruktur, um sich mit dem Bergland so richtig auseinanderzusetzen. Mitte des 19. Jahrhunderts kam es dann erstmals dazu, dass sich Leute, vielleicht auch viele Freigeister, die Freiheit nahmen, die Berge zu erkunden. Es gab auch einen gewissen Trend zum Entdecker, zum Entdeckertum. Es gab auch einen Trend dazu, auch vor allen Dingen finanziert durch den Adel beispielsweise, Berge zu erkunden und erstmals zu sehen, was eigentlich auf den Bergen selbst los ist. Der Entdeckergeist der Menschen schritt hier in diesem Moment ein, war aber immer noch nicht wirklich zweckbehaftet. Das Ruhmhafte des Bergsteigens, das war immer noch nicht da. Es gab keinen Ruhm für die Bergsteiger. Die Bergsteiger selbst erkannten für sich und vor allen Dingen auch für einen gewissen, ja, ich sage jetzt mal einen Lohn, eine Entlohnung, dass sie erkannten, was auf den Bergen ist. Es ging mehr um die Erforschung der Welt. Die Erforschung der Welt schritt ja mit Magellan und auch mit Galilee immer weiter voran. Und das sollte auch in den Alpenregionen, das sollte auch im Bergland so stattfinden, denn die Neugierde des Menschen ist dann doch etwas völlig Natürliches und Intrinsisches. Und somit kam es dann eigentlich nur aus logischer Konsequenz dazu, dass der Adel oftmals eben finanzierte, dass Bauern, vor allen Dingen lokale Bauern, sich mit den Bergen im Umland auseinandersetzen sollten. Natürlich passierte das hin und wieder auch in der Freizeit, die es ganz, ganz selten gab. Aber gerade in Südtirol, in den Dolomiten, war beispielsweise das Klettern und Bergsteigen Ende des 19. Jahrhunderts bereits Thema. Es war auf der einen Seite das Thema, weil man eben auch Leute dazu anstiften wollte, diese Berge zu erkunden. Da kann ich auf jeden Fall nur auf die Folge zum Ortler aus Berge im Porträt verweisen. Da sieht man beispielsweise ein Paradebeispiel dafür, wie das damals so ablief, dass im Prinzip vor allen Dingen die österreichische Adel dafür verantwortlich war, dass einzelne Bauern und Bergführer und Jäger dafür beauftragt wurden, Berge zu erkunden, wie in diesem Beispiel zum Beispiel den Ortler. Aber natürlich gab es auch in den Dolomiten, wenn wir uns in den Sechsner Dolomiten ein bisschen umschauen, auch den ein oder anderen Berg, der vor allen Dingen aus der Freizeit, aus dem Interesse heraus und aus der Leidenschaft zum Entdecken und zum Erkunden erklettert wurde. Teilweise waren das ja auch wirklich anspruchsvolle Routen, beispielsweise die drei Zinnen, der Patankofel. Das sind Berge, die auch vor allen Dingen aufgrund des Interesses, der Neugierde letztlich bestiegen wurden und nicht, weil sie dafür bezahlt wurden oder weil es irgendwie besonders wichtig war zu sehen, was da oben ist. Gerade die drei Zinnen sind dafür ein gutes Beispiel, denn da sieht man auch von unten, dass da oben im Prinzip nichts zu holen ist und nichts zu finden ist. Nun muss man sich einen Schritt weiter bewegen. Jetzt muss man überlegen, was passierte dann Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. Hier gab es eine Umbruchzeit, gerade im Alpenhauptkamm. Die Menschen versuchten immer mehr Dinge zu entdecken und zu erkunden. Die Ausrüstung wurde teilweise etwas robuster, teilweise etwas erschwinglicher und diese Kombination führte dazu, dass mehr Leute sich in den Bergen aufhalten konnten. Mehr hieß aber immer noch nicht viele, denn die Ausrüstung, so erschwinglich sie auch sein mag, braucht trotzdem Freizeit, um verwendet zu werden. Die Freizeit war immer schon und ist übrigens auch bis heute der größte limitierende Faktor, wenn es um die Erkundung und um die Erforschung von unbekannten Routen und Bergen ging. Das war damals so, das ist übrigens auch heute immer noch so. Jetzt ist Anfang des 20. Jahrhunderts etwas Tragisches passiert. Der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war eine wichtige Entwicklung auch für den Bergsport, denn plötzlich erkannten sehr viele Personen, dass sie die Berge auch als militärisches und strategisches Mittel nutzen konnten, um ihr Land zu verteidigen. Das war in Österreich relativ relevant, das war in Norditalien relevant und selbst in Süddeutschland war das nicht irrelevant. Und was viele Menschen vielleicht nicht wissen, das ist jetzt etwas vorgegriffen im Zweiten Weltkrieg, auch im Kaukasus, im Elbrusmassiv, war das sehr relevant. Insofern sollte man die Berge nicht unterschätzen, denn ihre historische Bedeutung war im Ersten Weltkrieg zwar eine militärische, aber die Kriege hätten ganz anders und vor allen Dingen sehr viel schneller vonstatten gehen können, wenn diese Berge nicht im Weg gewesen wären. Als Paradebeispiel dafür gelten die Dolomiten. Die Dolomiten waren im Prinzip eine gute Möglichkeit für die Italiener, ihr Land zu verteidigen und in Südtirol Stellungskämpfe zu vollziehen, die weitaus länger dauerten, als sie hätten dauern müssen, zumindest für die Gegner. Denn als Locals wussten sie, welche Berge sind wo zu begehen. Wo gibt es Bänder in den Felsrinnen, wo kann man eigentlich sich gut fortbewegen und schnell fortbewegen, wo gibt es auf den Rückseiten von den Bergen eigentlich Möglichkeiten, sich zu verschanzen und strategisch militärische gute Punkte aufzubauen. Das waren Dinge, die wusste niemand außer den Locals, das wusste niemand außer den Menschen, die sich mit dem Bergland in dieser Region de facto auseinandergesetzt haben. Das wussten übrigens auch viele Menschen aus dem italienischen Militär beispielsweise überhaupt nicht. Deswegen waren die Bauern dann im Ersten Weltkrieg teilweise die wichtigsten Informanten für die Soldaten. Das ist eine absurde Situation, denn eigentlich waren die Bauern und die Jäger keine wirklich brauchbaren Soldaten, sie waren nicht dazu ausgebildet, sie waren nicht die besten Soldaten, sie waren im Prinzip Kanonenfutter, aber plötzlich wurden sie zu Insidern, plötzlich wurden sie zu den Leuten, die wirklich etwas bewegen konnten im Krieg, obwohl man eigentlich damit zu Beginn überhaupt nicht damit gerechnet hat. Das war auch in Österreich ganz ähnlich und das ist immer noch etwas, was man heute ganz gut beobachten kann. Man sieht die Klettersteige, gerade in den Dolomiten, da gibt es sehr, sehr viele davon und teilweise sind sie auch noch wirklich, wirklich alt. Man sollte jetzt aber wissen, dass in den Dolomiten sehr viele Klettersteige, sehr viele Alpinklettersteige, tatsächlich noch aus dem Ersten Weltkrieg stammen. Diese Klettersteige wurden nicht angelegt, um irgendjemandem den Weg zum Gipfel zu vereinfachen oder eine schöne Aussicht zu bieten oder um irgendwie ein nettes sportliches Abenteuer anbieten zu können. Das war keineswegs so. Diese Klettersteige wurden angelegt, um vor allem sehr, sehr schnell im Gelände, im felsigen Gelände voranzukommen, auch mit schwerem Geschütz. Teilweise wurden Artilleriegeschütze über Klettersteige hochtransportiert auf relevante Punkte. Das kann man sich heute nur noch schwer vorstellen. Das war auch eine Mission von mehreren Tagen. Aber in der Regel führte es dann dazu, dass man in dieser Region lokal eine bessere Ausgangsposition für einen möglichen Angriff hatte während der Verteidigung. Die Regionen konnten somit deutlich besser verteidigt werden. Die Menschen vor Ort waren mit Informationen ausgestattet, die der Feind niemals hätte haben können. Und dadurch, dass vor allen Dingen in Dolomiten sehr viele Berge sehr freistehend sind, hatten sie den Vorteil, dass sie allein wussten, wie der Berg rundherum aussieht. Dass sie allein wussten, wie sich der Feind bewegen konnte und wie nicht. Taktisch waren die Berge also das wichtigste Mittel im Ersten Weltkrieg für die betroffenen Regionen im heutigen Österreich, heutigen Italien, heutigen Süddeutschland. Das war sehr, sehr wichtig und übrigens auch in der Hohen Tatra gibt es ähnliche Zeichen, deutlich in deutlich geringerem Ausmaß, aber gibt es ähnliche Zeichen dafür, dass solche Klettersteige eine Weile dafür genutzt wurden, um militärisch strategisch wichtige Punkte aufbauen zu können, wenn es notwendig wäre. Man sieht also, die Berge waren im Ersten Weltkrieg unglaublich wichtig. In der Zwischenkriegszeit nicht so, denn in der Zwischenkriegszeit waren eigentlich fast alle Länder vor allen Dingen von der Armut gebeutelt, vor allen Dingen von Besatzung, Zwang und Kontrolle gebeutelt. Da gab es nicht viel Freizeit, da gab es nicht viel Fun, da gab es nicht viel, wo man sich fragen konnte, was tue ich denn heute so, was will ich denn heute unternehmen. Es gab vor allen Dingen auch nicht viel Geld. Damit fehlten die zwei wichtigsten Ressourcen für den Bergsport, Zeit und Geld. Damit wurde Bergsport zu etwas Privilegiertem. Bergsport wurde zu etwas, was sich nur noch sehr, sehr wenige leisten konnten und die Kultur und vor allen Dingen aber auch, und das war das Wichtigste, das Wissen über die Berge starb wieder langsam aus. Viele Menschen sind im Ersten Weltkrieg gefallen und konnten so ihre Informationen über die Berge nicht wirklich adäquat weitervermitteln. Es gab Bücher, es gab vor allen Dingen eine Erfindung aus dem Ersten Weltkrieg, Gipfelbücher, die teilweise gar keine Gipfelbücher waren, sondern oftmals Wandbücher, die als Notizen dienten für Soldaten im Ersten Weltkrieg. Diese ganzen Aufzeichnungen waren die einzigen zurückgebliebenen Informationen zum Bergland. Natürlich gab es einzelne Überlebende, die erzählen konnten, wie es in den Bergen, wie es in dieser Region aussah und so weiter. Aber die Informationen wurden dünner, die Informationen starben sprichwörtlich und wortwörtlich aus. Nun muss man aber sagen, dass das auch der große Vorteil für den Nationalsozialismus war. Denn jetzt kommen wir zum nächsten geschichtlichen, wichtigen Aspekt, dem Zweiten Weltkrieg und vor allen Dingen aber auch der Zeit davor im Nazideutschland. Denn hier gibt es große, große Verbindungen zwischen dem Bergsteigen und direkt und indirekt Adolf Hitler. Adolf Hitler war jemand, der vom Bergland begeistert war. Er wuchs im, ja, ich sage jetzt mal im niedrigeren Gebirge auf, aber das Bergland fand es faszinierte ihn stets. Er hatte diverse Residenzen auf unterschiedlichen Bergen in Österreich und Deutschland und er war mit den Bergen verbunden. Das alles führte letztlich dazu, dass er auch in seinem näheren Umfeld nur Leute um sich scharrte, die ebenfalls mit den Bergen vertraut waren. Außerdem wusste er, und in dem Punkt muss man ihm seine Weitsichtigkeit lassen, wusste er über die taktische und strategische Chance und die Möglichkeiten in den Bergen absolut exakt Bescheid. Seine Bunker, die er teilweise in die Berge sprengen ließ, zeigten das sehr, sehr deutlich und zeigten das zum Beispiel auch an Ausgängen, die an Felswänden endeten, wo ein Klettersteig endete. Dinge und Taktiken, die aus dem Ersten Weltkrieg aus den Dolomiten einfach kopiert wurden, weil sie sehr gut funktioniert haben. Adolf Hitler ließ sich also hier nicht lumpen und vor allen Dingen wusste er auch, dass wenn man eine starke militärische Basis innerhalb der Alpen konzentriert errichten kann, dann kann man eigentlich nicht zu leicht verlieren. Auch das hat er durch den Ersten Weltkrieg schnell lernen können. Nun kommen ein paar Personen ins Spiel, von denen man mehr oder weniger sagen kann, dass sie bekannt sind. Seis Inquad ist beispielsweise einer der großen Namen. Er wurde in den Nürnberger Prozessen dann letztlich zum Tode verurteilt und gehängt. Er ist aber mitverantwortlich für den Alpenverein. Der Alpenverein war nämlich eine ganz lange Zeit der entscheidende Faktor, wenn es um die Bergwelt im Nationalsozialismus ging. Denn der Alpenverein und die Hitlerjugend beispielsweise waren sehr nah verbandelt. Das hängte vor allen Dingen damit zusammen, dass eben die Nationalsozialisten die Idee sehr gut fanden, dass man aus den Bergen nicht nur ein militärstrategisches Mittel schaffen kann, sondern dass man sie auch für Propaganda nutzen konnte. Philosophie wurde plötzlich ein Thema in den Bergen. Philosophie aber auf einem wirklich perversen Level, muss man ehrlicherweise an dieser Stelle auch sagen. Die Expeditionen wurden im Deutschen Reich nach der Machtergreifung Adolf Hitlers zu einer Unternehmung von großem nationalen und politischem Interesse. Das alles liegt vor allen Dingen der Idee zugrunde, dass der Mensch, der in den Bergen dominiert, den Gipfel und den Berg dominiert, natürlich ein starkes Bild ist. Es ist ein starkes Bild metaphorisch, es ist aber auch ein starkes Bild wortwörtlich als Zeichnung. In dem Laufe der 30er Jahre, aber auch in den 40er Jahren gab es immer wieder Propaganda mit Menschen, vor allen Dingen oder hauptsächlich bzw. ausschließlich Männer, die auf einem Gipfel standen, gezeichnet. Diese Propaganda wurde überall plakatiert, denn es war der Mann, der starke Mann, der über etwas triumphieren konnte, der ganz oben an der Spitze steht, der weiße Aria, der dementsprechend ganz oben in der Hierarchie steht. Das war ein Bild, das ganz bewusst vermittelt werden wollte und dementsprechend waren die Berge auch ein gutes Angebot in dieser Stelle. Gleichzeitig waren die Nationalsozialisten natürlich auch von ihrem starken Selbstbild, das sie produzieren wollten, etwas entfernt, als sie den Ersten Weltkrieg verloren haben. Deswegen mussten sie diese Diskrepanz durch Erfolge schließen. Sie wollten, dass die Bergsteigerinnen und Bergsteiger, aber natürlich vor allen Dingen die Bergsteiger in dieser Zeit, dass sie Erfolge feiern, die sie dann wieder ausschlachten können für ihre Propaganda. Und ja, das berühmteste Beispiel dafür war vermutlich die deutsche Nanga-Parpat-Expedition 1934. Teilnehmer waren Willi Merkel als Expeditionsleiter, Ulrich Wieland, Willow Welzenbach, Erwin Schneider und viele, viele Logistik- und Transportbegleiter. Der Transport und die Anreise, die ganze Technik dahinter, kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Sieben Tonnen wurden am 29. Mai 1934 in den Himalaya transportiert. Sieben Tonnen für eine einzige Expedition. Es ging darum, dass eben dieser Ruf wiederhergestellt werden musste. Natürlich war der starke Deutsche zwar wieder ein Bild, das über die unmittelbare Propaganda in den Städten funktionierte, aber gerade international hat man da eigentlich ein ganz anderes Bild von den Deutschen gehabt. Und genau das wollte man eben mit internationalen Expeditionen zurechtrücken und unter Anführungszeichen richtigstellen. Die sieben Tonnen wurden von 600 Kulis und von 35 Sherpas, also Hochträgern aus dem Kumbu-Tal, in den Himalaya transportiert und eben zum Fuße des Nanga-Parbats. Der Nanga-Parbat galt aber nicht umsonst als der Schicksalsberg der Deutschen nach dieser Expedition. Ich möchte das an dieser Stelle nicht zu weit aufarbeiten. Dafür haben wir auch schon eine, dafür findet ihr auch schon eine Episode von Berge im Porträt auf der Playlist Nanga-Parbat Teil 1, Nanga-Parbat Teil 2 und Nanga-Parbat Teil 3. Alle Videos beschäftigen sich sehr intensiv, auch mit dem historischen Hintergrund des Nanga-Parbats. Wenn euch das interessiert, schaut euch gerne diese Episode in der Berge im Porträt-Playlist an. Wir haben jetzt leider gerade keine Zeit, das nochmal intensiv aufzuarbeiten. Jedoch kann man sagen, die Expedition war kein Erfolg. Und das war ein riesiges Problem für Hitler-Deutschland. Denn seine Propaganda konnte er so nicht vernünftig aufbauen. Es war ein Misserfolg, Menschen mussten sterben. All das war eigentlich kein gutes Zeichen dafür. Jedoch musste man gleichzeitig auch feststellen, dass man mit Verbissenheit die Menschen sehr gut fesseln kann. Wenn ich in irgendeinem Bereich scheitere, dann ist es zwar eine Niederlage, vielleicht auch auf einer Ego-Perspektive, auf einer Ehrenperspektive, denn gerade die Deutschen im Nationalsozialismus pochten ja sehr stark auf ihre Ehre, die sie ja auch durch den Ersten Weltkrieg und durch die Niederlage mehr oder weniger verloren hatten. Das war ein mächtiges Bild zu sagen, wir haben zwar verloren, wir hatten zwar einen Rückschlag, aber jetzt erst recht, jetzt kommen wir noch stärker, wir kommen noch dramatischer und noch besser vorbereitet. Und dieser Gipfel gehört uns. Was dahinter steckt, ist immer die Philosophie des Triumphs. Das war etwas, was Adolf Hitler etablierte und was auch durch Seis Inquad als den Alpenvereinsgründer definitiv sehr stark transportiert und vermittelt werden sollte. Die Menschen sollten alles tun, um Berge zu besteigen, um erfolgreich zu sein, um vor allen Dingen zu triumphieren. Die Philosophie der Expeditionsteilnahme 1934 war, Zitat, Tod oder Ehre. Das NS-Regime fand diese Ideen natürlich grandios, denn entweder die Menschen fallen für das Deutsche Reich oder sie kommen erfolgreich wieder. Beides war für das Deutsche Reich mehr oder weniger brauchbar, denn kamen sie wieder, waren sie erfolgreich. Kamen sie nicht wieder, konnte man die Geschichte vom tragisch scheiternden Deutschen, der eigentlich gar nicht gescheitert ist, sondern nur gegen die Gewalt der Natur verlieren konnte, weil er jedem Menschen überlegen war. Das war natürlich eine Win-Win-Situation für die deutsche Propaganda. Und das war aber gleichzeitig auch das größte Problem für den deutschen Alpinismus. Denn langfristig starben so viele Menschen aufgrund des NS-Regimes in den Bergen, wie bis heute wahrscheinlich keine mehr. Das Bergsteigen entwickelte sich also in der NS-Zeit, aber auch im Zweiten Weltkrieg, auf der einen Seite natürlich zu etwas Heroischem, zu etwas Wichtigem für die deutsche Propaganda und wurde vor allen Dingen instrumentalisiert. Die Menschen dahinter wurden instrumentalisiert, aber auch der Sport, auch die Philosophie dahinter. Die Philosophie dahinter, die wurde übrigens in der NS-Zeit erfunden. Dieser Gedanke, dass man, wenn man oben ist, hat man sozusagen gewonnen, dann ist man erfolgreich gewesen. Diese Dinge hat das NS-Regime erfunden. Das sind aber Dinge, die wir heute, ganz ohne nachzudenken, einfach weitertransportieren. Wir sagen unserem Kind, es ist nur erfolgreich, wenn es oben war. Oder wenn es oben ist, sagen wir, jetzt hast du es geschafft. Jetzt bist du tatsächlich ganz oben. Jetzt hast du den Erfolg, den du wolltest oder den wir erwartet haben. Das sind Dinge, die gab es vor dem Zweiten Weltkrieg nicht. Diese Bilder, die sind so dermaßen selbstverständlich für uns heute. Wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass wir uns diese Bilder selber ausgedacht haben. Niemand, kein Mensch auf dieser Welt, hätte vor dem Zweiten Weltkrieg sich gedacht, dass es wichtig ist, auf diesem Berg oben zu sein, vor allen Dingen für die Ehre, vor allen Dingen für den Stolz, für den Selbstwert. Selbstwert. Das waren Dinge, die wurden alle erst später unter Anführungszeichen erfunden. Natürlich muss man das jetzt nicht in den Kontext des Nationalsozialismus setzen. Das wäre natürlich vollkommener Blödsinn. Wir sind keine Nationalsozialisten. Ich möchte das hier an dieser Stelle auch nochmal ganz deutlich unterstreichen, nur weil wir die gleichen Ideen oder die gleichen Hintergründe für unser eigenes Tun haben, wie einzelne Bergsteiger im Nationalsozialismus. Das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Genauso wie es vollkommen an den Haaren herbeigezogen ist, dass wenn ich heute auf den Berg gehe und jemanden mit Bergheil begrüße, dass ich ein Nazi bin. Das ist vollkommener Irrsinn. Wenn ich einen Ausspruch gut finde, der vor allen Dingen schon lange, lange vor den Nazis gegeben hat, dann bin ich deshalb kein Nazi, nur weil ihn irgendjemand im Nationalsozialismus auch schon mal gesagt hat. Das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Die geschichtliche Bedeutung, auch aufgrund des Ausrufs Bergheil und aufgrund, also die geschichtliche Bedeutung des Bergsteigens, ganz allgemein gesprochen, basiert teilweise auf dem Nationalsozialismus. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir dürfen diese Zeiten niemals und in keinster Weise verherrlichen. Jedoch müssen wir aber auch ehrlich zu uns sein und sagen, unsere Ursprünge des Alpinismus, so wie wir ihn heute kennen, kommen in Teilen aus dem Nationalsozialismus. Ausrufe wurden vom Nationalsozialismus instrumentalisiert. Das Bild des deutschen Bergsteigers in dem Fall, der erfolgreich auf dem Gipfel steht, das war ein Bild, das sich so eingeprägt hat, dass es heute immer noch in manchen Zügen existiert. Wir müssen uns nicht eingestehen, dass wir Nazis sind, nur weil wir so handeln oder weil wir so denken, aber wir müssen uns eingestehen, dass diese Gedanken aus einer Zeit kommen und vor allen Dingen konstruiert wurden. Sie sind nicht natürlich. Wir haben kein natürliches Verlangen danach, auf einen Berg zu gehen. Das haben wir aber auch am Anfang des Podcasts bereits ganz deutlich dargestellt. Die Menschen hatten früher gar kein Interesse, auf die Berge zu gehen. Es gab dort nichts zu holen. Es war ein Hindernis, es war ein Problem in Wirklichkeit. Und deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, und das möchte ich hier an dieser Stelle ganz klar betonen, es ist überhaupt nicht schlimm, dass wir uns eigene Werte, auch unseren Selbstwert vielleicht teilweise, über das Bergsteigen definieren. Und dass das auch schon die Nazis gemacht haben und dass das auch schon die Propaganda dieser Zeit war. Dass es diese Parallelen gibt, ist in keiner Weise schlimm. Aber gleichzeitig sollten wir auch in diesem Punkt ehrlich zueinander sein. Doch sprechen wir weiter. Sprechen wir darüber, wie es danach weiterging. Der Nationalsozialismus zerfiel irgendwann in sich selbst, der Krieg war verloren, die Besatzungen begannen und das Bergsteigen rückte wieder in den Hintergrund. Die Menschen waren vor allen Dingen wieder mit Wiederaufbau beschäftigt. Die Berge waren weg, die Berge waren wieder nur Hindernis. Aber in erster Linie war man froh, dass man in den Bergen nichts mehr neu aufbauen musste, was irgendjemand kaputt geschossen hat. Denn da war ja nichts. Ergo hatte man weniger Fläche, die man wieder aufbauen müsste. Insofern könnte man fast sagen, man war froh, dass die Berge irgendwie da waren. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass diese Zeit dann dafür genutzt wurde, dass viele Freidenker und Ausreißer ihre ersten Schritte machen konnten. Es waren weniger Menschen in den Bergen unterwegs, weil Bergsteigen in dieser Zeit wieder etwas in das privilegiertere Tun rutscht, aber gleichzeitig gab es eben diese Freidenker, die sagten, sie ziehen auch ganz ohne Material und auch ganz ohne viel Geld für irgendwelche Infrastruktur los und schauen einfach, wo sie raufkommen. Reinhold Messner, der berühmteste Bergsteiger der Welt, kommt genau aus dieser Zeit. Nach dem Krieg kamen sehr viele Menschen auf die Welt oder gerade zu ihren ersten Schritten im Alpinismus, die heute als die Wegweiser des Alpinismus gelten. Denn sie waren auch wieder die Ersten, die die Chance ergriffen, ideologiefrei Bergsteigen zu gehen. Ideologiefrei im Sinne dessen, dass sie vor allen Dingen frei waren von einer fremden Ideologie. Sie wollten nicht ideologiefrei, allen Gänze ideologiefrei durchs Leben gehen. Sie wollten natürlich auch mit ihrer eigenen Ideologie, mit ihren eigenen Vorstellungen und ihren eigenen Maßstäben in die Berge ziehen. Aber gleichzeitig wollten sie sich ganz klar und deutlich vom Nationalsozialismus und dem vor allen Dingen sehr stark gekoppelten Alpenverein, aber auch dem sehr stark gekoppelten, ja, ich sag jetzt mal, dieser Verbundenheit unter Bergsteigern, wollten sie sich absetzen und genau das gelang ihnen sehr gut. So schaffte es in den 70er und 80er Jahren der Alpinismus auch wieder dazu, sich etwas mehr vom Nationalsozialismus und von der Vergangenheit zu distanzieren. Manche Vereine, ich möchte hier keine Namen nennen, brauchten dafür ein paar Jahre länger, aber es sei ihnen verziehen. Insgesamt schafften es aber die Individuen als Bergsteiger, sich durch diese neuen Entwicklungen, vor allen Dingen durch spezielle Individuen, wie beispielsweise Reinhold Messner, sich eben von einer Zeit abzukapseln, die eigentlich mit dem Bergsteigen nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun hatte. Das Bergsteigen war im Zweiten Weltkrieg ein Instrument jetzt, nach dem Krieg, wurde das Bergsteigen zu einer für sich alleinstehenden Leidenschaft, die überhaupt nicht als Instrument für irgendwas genutzt werden sollte. Und das gelang fantastisch, das gelang wirklich, wirklich gut, denn heute gehen wir Bergsteigen, ohne dass wir glauben, uns für Nazis halten zu müssen. Und vor allen Dingen gehen wir heute Bergsteigen, ohne zu befürchten, dass irgendjemand unsere Erfolge und Misserfolge für irgendetwas nutzt oder instrumentalisiert. Zumindest nicht, wenn wir das nicht wollen. Und so kamen wir heute dazu, dass wir Bergsteigen gehen als freies Abenteuer, als Idee, als Freizeitgestaltung. Das waren alles Dinge, die es früher nicht gab. Es gab keine freien Ideen, es gab keine freien Gedanken, es gab keine Freizeitabenteuer. Die Spuren des Alpinismus, die gibt es teilweise. Aber vor allen Dingen sind es Spuren des Krieges in den Dolomiten, Spuren der Verarmung bei niedergerissenen oder alten, zusammengestürzten Hütten aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus den 50er Jahren, aber vielleicht auch aus der Zwischenkriegszeit. In Wirklichkeit gehen wir auf eine sehr historische Reise, wenn wir in die Berge gehen. Denn nur sehr, sehr wenig von dem, was wir heute im Bergland sehen, hat wirklich etwas mit einer eigenen, neuen, jungen Ideologie zu tun. Das alles hat heute mehr etwas mit Tourismus zu tun und ich würde mich hüten, Tourismus als Ideologie zu bezeichnen. Zumindest nicht als eine Ideologie, der ich mich in irgendeiner Art und Weise verbunden fühlen könnte. So ist es nun mal so, dass die Geschichte nicht immer schön war. Die Geschichte war auch nicht immer zweckgebunden an den Alpinismus. Der Alpinismus entwickelte sich ganz nebenbei. Man muss sich das so vorstellen, die Geschichte lebte mit den Bergen mehr oder weniger. Mal weniger, wie im 18. Jahrhundert, mal mehr, wie im 20. Jahrhundert. Gleichzeitig entwickelte sich nebenbei, parallel auf einer anderen Schiene, eine Linie der Freidenker. Eine Linie der Ideologielosen und eine Linie der Menschen, die einfach nur in die Berge gehen wollten, erkunden wollten, Risiko eingehen wollten und den Thrill und das Adrenalin spüren wollten. Das war eine sehr, sehr kleine Gruppe. Doch man darf nicht vergessen, seit dem Ersten Weltkrieg existierte diese Gruppe stets. Menschen wie die Familie Innerkofler in den Sechstener Dolomiten, Paul Preuss, Reinhold Messner, Günther Messner, die gesamte Familie Messner, könnte man eigentlich sagen, Peter Habeler. Das waren alles Menschen, die ebenfalls eigentlich noch in einer Zeit lebten, in der es vor allen Dingen auf politischen Ebenen in den Bergen, vor allen Dingen um Propaganda, Politik und Ausnutzung einer Ideologie ging. Das alles konnten sie sehr gut ablegen und gleichzeitig sich auch entwickeln. Nicht alle Bergsteiger hatten dadurch ein angenehmes Leben. Vielen wurde es schwer gemacht, eben weil sie nicht politisch einzuordnen waren. Und das alles ist furchtbar traurig, aber es ist eben auch Teil unserer Geschichte, auch Teil der Geschichte, warum wir heute hier sind und Bergsteiger sind. Das dürfen wir letztlich alles nicht vergessen, auch wenn es unser heutiges Tun wahrscheinlich nicht unbedingt beeinflussen wird. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann freut es mich natürlich, wenn ihr die Episode liked bei YouTube und auch gerne teilt, auch mit anderen diesen Podcast teilt. In diesem Sinne möchte ich auf jeden Fall euch auch allen danken, die mich hier in diesem Projekt Alpen Academy in kleinen finanziellen Beiträgen unterstützen. und das alles auch noch so weitermachen zu können. Vielen, vielen Dank. Ihr findet dazu auch Informationen in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die heutige Überlänge. Bis zum nächsten Mal. Wie immer, bergheil!